Ich habe einen Primark Haul! Grüß Gott! Ich war beim Primark einkaufen und wollte euch schnell die Sachen zeigen. Es ist eigentlich nicht so viel, ich war eigentlich für meine Verhältnisse relativ brav. Ich habe halt viel für ein Tauschpaket noch gekauft, die Sachen zeige ich euch jetzt natürlich nicht. Und ein Geburtstagsgeschenk, das zeige ich aber auch nicht her, das habe ich schon versteckt. Weil ich will nicht, dass die Freundin das schon vorher sieht, weil sie hat erst im Dezember. Dann weiß die Freundin eh schon, wen ich meine. Und wenn ich jetzt so dieses Ding herzeige, dann ist die ganze Vorfreude weg. Deswegen nein, ich zeige das nicht her. Aber ich will euch andere Sachen zeigen, damit ich die auch bald waschen kann und bald tragen kann. So, ich habe mir, jetzt habe ich mich erschreckt, weil ich habe im Wohnzimmer so ein Raumspray, dieses Airwick Ding und ich erschrecke mich jedes Mal von dem. Ich habe mich noch nie so von diesen Airwick Dingern erschreckt, wie von dem. Ich weiß nicht was los ist. Ich habe mir eine riesengroße Kuscheldecke gekauft. 230 x 255. Die ist riesengroß. Ich wollte sie unbedingt vorher noch hin... Es war kein Satz. Ich wollte euch sie vorher in dem Video zeigen. Weil sonst wäre der Primer Call ein bisschen peinlich. Die hat 18 Euro gekostet. Aber ich habe ja rosane Bettwäsche. Die habt ihr schon mal im Hintergrund gesehen mit den Tulpen mit dem roten. Und da passt nicht diese weiße Kuscheldecke. Seht ihr die? Die, was ich da gerade liegen habe. Die passt dann nicht so gut dazu. Die habe ich jetzt lieber, wenn ich die graue Bettwäsche habe von Micky und Minimals. Habe ich lieber jetzt die weiße Kuscheldecke. Und die ist ein bisschen kleiner. Und die ist halt größer. Und die will ich halt dann geben, wenn ich die rosane Bettwäsche habe. Ich war jetzt urgestört. Die vorher mehr kostet. Ja. Will ich jetzt bald waschen. Weil wir haben ja das Glück, dass wir oben am Dachboden viel aufhängen können. Und jetzt wollte ich sie euch unbedingt zeigen, damit ich sie dann waschen kann. Ich habe mir so einen Schwamm gekauft mit Micky Maus Ohren. Der war eigentlich relativ teuer. der 3,50 Euro kostet. Aber das ist Micky Maus. Ihr kennt mich schon. Ihr habt die riesen Mini Maus da im Hintergrund liegen. Und deswegen, ich musste mir den unbedingt mitnehmen. Da schmeiße ich alles weg. Das funktioniert so nicht. Das ist ein Chaos. Ihr wisst ja, ich bin ein Disney Junkie. Und ich habe mir beim Primark, der war relativ teuer. Um 3,50 Euro. Da gab es jetzt riesengroß aufgebaut. Lauter Micky und Mini Maus Sachen. Und ich bin so lange davor gestanden, weil ich so überlegt habe, mir Sachen zu kaufen davon. Und ich ärgere mich so, als hätte da in klein so einen Micky Maus Kopfpolster gegeben. Wenn ich daran denke, blende ich euch das Bild ein. Blende ich euch das Bild ein. Ich habe einen, der schon zu viele Videos dreht. Wenn ich daran denke, blende ich euch das Foto ein. Ich hoffe, ich denke daran. Weil jetzt durch das, dass ich immer woanders Videos schneiden muss, ist das noch ein bisschen mühsam. Ich hoffe, das hört bald auf. Aber da habe ich mich echt zusammenreißen müssen. Und ich habe mir halt nur den Lufferschwamm. Das ist kein Lufferschwamm. Ich sage immer Lufferschwamm, aber es schauen ganz anders aus. Wie heißen denn die? Netzschwamm heißen die. Ich sage immer Lufferschwamm, aber das ist falsch. Lufferschwämme schauen anders aus. Mit Ohren. Mit Micky Maus Ohren. Wir fangen einfach an das Thema zu wechseln. Mit Micky Maus Ohren. Den habe ich mir gekauft. Eigentlich können die Micky Maus Ohren glaube ich so. Ja. Freue ich mich schon, dass ich ihn in die Dusche hängen kann. Ich habe auch einen mit einer Katze und der ist aber schon so ausgefleddert. Und das macht mich richtig traurig, weil ich weiß nicht wo ich den damals gekauft habe. Müsste ich mal meine Haulvideos durchschauen. Vielleicht habe ich euch den gezeigt, weil dann kann ich mir den nachkaufen. Dann waren wir eigentlich schon Zahlen und die Freundin und ich sind so Richtung Ausgang gelatscht. Und ich habe dann noch einen Pyjama gesehen. Den musste ich mir kaufen. Der hat lauter Minimaus Köpfe drauf. Ich habe nämlich schon eine Micky Maus Hose in Rot und jetzt habe ich eine Minimaus in Rosa. Ich bin ein richtiger Junkie. Das wisst ihr aber eh schon. Und passend dazu habe ich natürlich das Shirt dazu. Ich würde mir die Pyjama nur noch in so kaufen. Diese Seidemäßigen, die kaufe ich mir nicht mehr von Primark. Aber die finde ich vollkommen okay. Also das ist ja mega süß. Die musste ich mir. Musste ich mir einfach kaufen. Ich habe gar nicht geschaut, was da drauf steht. Bestimmt da drauf. Brides. Besties. Ja, ist ein bisschen falsch. Aber wurscht. Ich wollte es einfach nur wegen dieser Hose haben. Weil ich finde die Hose so süß. Jetzt bald. Ich glaube, wenn ihr das Video gesehen habt, war der Winnie schon längst bei uns zu Besuch. Das habt ihr dann sicher auf Instagram gesehen. Das ist nämlich ein Hundespielzeug. Ich wollte ihn unbedingt dem Winnie kaufen. Von der Tanja. Der Hund kommt nämlich zu uns zu Besuch. Also wenn ihr das Video gesehen habt, war er sicher schon längst zu Besuch bei uns. Und ich wollte, dass Winnie passend in die Wohnung dazu passt. Und habe den gesehen, den Mickey Mouse Hundespielzeugkopf. Und wollte ihn unbedingt kaufen für den Winnie. Ja. Musste unbedingt sein. Ja, dafür könnte ich mich ein bisschen ohrfeigen. Aber okay. Ich probiere es noch einmal mit einer Tuchmaske von Primark. Weil ich ja mit den Augenmasken so gute Erfahrungen gemacht habe. Irgendwie bille ich mir auch ein. Ich habe welche vergessen. Nein. Aber habe ich da nur eine? Hm. Ich war böse und habe mir Masken gekauft. Boah. Ich habe so einen Schluck auf. Oh Gott. Ich habe mir eine mit Avocadoöl gekauft. So eine Haarmaske. Ich probiere es einfach. Vielleicht benutze ich die eh am Wochenende, damit ich mir dann gleich wieder die Haare waschen kann, wenn sie fettig werden sollten. Eine Tuchmaske habe ich mir auch nochmal gekauft, weil ich die unbedingt probieren wollte, weil da Watermelon drauf stand. Und ich musste unbedingt die haben. Ich habe jetzt nur die einmal gekauft. Gucken wir mal, wie ich sie finde. Dann habe ich mir Handmasken gekauft. Ich habe die mir gleich zweimal mitgenommen, weil ich die Verpackung so schön fand. Ziemlich dämlich. Und weil ich in letzter Zeit so eine Liebe für Handmasken entwickle. Ich habe nämlich eine von der Kimberly bekommen und die habe ich schon benutzt und die war mega geil. Und deswegen hatte ich da so einen kleinen Spleen und habe mir die halt gekauft. Dann habe ich noch Augenmasken mitgenommen. Ich weiß nicht, wie ich sitzen soll, aber jetzt langsam wird es echt greer hier. Einmal gibt es jetzt neue Avocado-Eye-Patches. Die schauen so aus. Die haben auch so Avocados drauf. Ich bin echt gespannt, wie die sind. Ich habe mir von denen nur eine Packung mitgenommen. Dafür habe ich mir von den Melonen wieder so viele mitgenommen. Die habe ich ja vor kurzem aufgebracht und euch gezeigt. Und die fand ich mega gut. Und ich weiß nicht, ob sie die Verpackung verändert haben. Weil ich habe mir von den neuen Verpackungen zwei mitgenommen. Und die schauen so aus. Also das ist die alte, glaube ich. Und das ist die neue Verpackung. Also da finde ich die neue schöner. Muss ich ehrlich sagen. Da finde ich dann die neue schöner. Ich habe leider diese Kirschlippenmaske nicht mehr gefunden. Die wollte ich unbedingt wieder haben und ich habe sie nicht gefunden. Was ich mir aber gehofft habe. Ich habe nämlich vor kurzem eine Mickey-Mostasche von Primark wegschmeißen müssen. Das war meine allerliebste Handtasche. Ich weiß nicht, ob man die in einem Video gesehen hat oder so. Aber ich habe die so geliebt und die ist mir kaputt gegangen. Und jetzt habe ich eine neue gefunden beim Primark und habe die mir ausnahmsweise gekauft. Ich meine, die war auch relativ teuer. 14 Euro. Aber ich fand die so schön. Ich habe auch extra geschaut, dass da das Muster viel schöner ist. Weil bei manchen war das dann in der Mitte so abkackt und da waren die Mickey-Mäuse erst drauf. Aber ich habe da jetzt extra darauf geachtet, dass ich eine schönere finde. Ja, ich schaue mal das ganze Papier daraus. Es ist nicht viel Stauraum, muss ich sagen. Es ist wenig Stauraum. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich in Bad Ischl wieder bin mit der Freundin von mir, dass ich sie halt... Irgendwie kneift mich mein Sport-BH. Dass ich die halt mitnehmen kann, weil... Sie hat halt so ein goldenes Ketterl und ich finde das eigentlich relativ schön. Und sie... Ich habe so ein komisches Oberteil auch heute an. Und ich finde die passt relativ gut. Was sagt ihr? Also ich finde die... Ich finde die schon cool. Sie ist natürlich kein richtiger Satz, weil meine gibt es nicht mehr. Und ich war da sehr traurig, dass es nur noch die gab. Aber ja, meine Geldböße kriege ich da zum Beispiel gar nicht rein. Aber ich habe ja auch so ein Kartending, wo ich dann nur die Karten rausziehen muss. Und für Bad Ischl finde ich, wenn wir essen gehen oder so, reicht die vollkommen. Ja. Dann habe ich mir noch zwei Sachen gekauft. Die Handyhühle passt zwar nicht auf meinem Handy. Aber wenn ich Handy schauen gehen werde, werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich mir eins von den iPhones kaufe, wo das dann drauf passt. Ich musste die einfach mitnehmen. Die hat nur noch 50 Cent kostet, die Handyhühle. Was will ich mir da bitte sagen? Und da ist Micky drauf. Mini, Entschuldigung. Mini ist drauf. Und die musste ich einfach mitnehmen, weil das dezent oben drauf ist. Und um 50 Cent, mein Gott, habe ich mir gedacht, nehme ich die einfach mit. Und dann habe ich mich so in diese Kirsche verliebt. Das kann man aufs Handy geben, auf den Schlüssel, alles mögliche. Und ich habe sie mir genommen, die Kirsche, damit ich sie dann auf meinen Schlüssel gebe. Irgendwann habe ich ja doch hoffentlich bald weniger Wohnungsschlüssel drauf, weil ich habe noch die von der alten Wohnung drauf. Und das nervt mich halt tierisch. Und dann habe ich die Kirsche gesehen. Ich meine, die kann man eigentlich urleicht selber machen. Guckt mal. Die hätte man sicher, wenn man so ein Können hat. Ich könnte das nicht. Meine Mom hätte das sicher geschafft. Aber ich wollte die unbedingt haben. Ich fand die sowas von süß. Die war zwar auch relativ teuer, 2 Euro. Aber ich fand die so herzig und will die dann auf meinen zukünftigen Schlüssel geben. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Das war noch ein Mini Primer Call. Also zumindest für meine Verhältnisse. Weil normalerweise kaufe ich immer dort ziemlich viel ein. Aber diesmal konnte ich mich Gott sei Dank ein bisschen zusammenreißen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye.